Auf unser neues Leben. Alles wird so wie früher. Wie war es früher? Österreicher und Österreicherinnen. Der heutige Tag hat uns vor eine schwere Situation gestellt. Ist dir jemand gefolgt? Ein kleiner Mann mit Schnauze und Scheitel von rechts. Ungefähr so. Josef, bitte. Heute Nacht marschieren Sie ein. Anna und du, ihr müsst fliehen. Solange wir ihn tanzen, kann die Welt nicht untergehen. Franz Josef Böhm, Stapo-Leitstelle Wien. Spielen Sie Schach? Schach ist eine Freizeitbeschäftigung für gelangweilte preußische Generäle. Bei diesem Spiel geht es darum, das Ego des Gegners klein zu kriegen. Ich habe leider überhaupt keine Ahnung, wovon Sie sprechen. Ist aber schade. Der Dr. Bartok kommt in die Sonderbehandlung. Willkommen im Hotel Metropol. Wie lange dauert das hier noch? Hallo? Die von Ihnen verwalteten Vermögen liegen ganz offenbar auf Nummernkonten in mehreren europäischen Ländern. Die Codes befinden sich hier drin. Springer G1Z3, Springer B8C6. Ich habe etwas für Sie. Eine einzige Partie. Was haben Sie schon zu verlieren? Mehr als Sie sich vorstellen können. Schreiben Sie. Schreiben Sie. Er ohne Sie. Wie lange werden Sie sich noch an das elegante Ballkleid Ihrer Frau erinnern? Schreiben Sie! Vielleicht gefällt es mir so gut hier in Ihrem schönen Hotel.